Musik Jo Leute, ich bin's wieder, euer Airplayer Und wisst ihr, was das geilste war? Am Samstag war ich im Tropical Islands Ich empfehle es nur, ja Ist zwar vielleicht für den einen oder den anderen teuer Aber es ist einfach ein Traum Man hat sich da wirklich richtig wohlgefühlt im Tropical Islands, ja Und, ja, ich empfehle es auf jeden Fall Weil es einfach schön ist Also, es gibt ein paar Schwimmbecken Dann gibt es da so einen Dschungel Der hat einen Dschungel, so Regenwald und so Und dann ist da auch so zum Klettern was Also sowas Kimi Ja, egal, ich mach gerade ein Video Und, ähm, ja, auf jeden Fall empfehle ich das nur Das ist halt richtig viel Und, ja, ja, das war's eigentlich schon Ich wollte euch nur berichten, wie es ist im Tropical Island Und, ja, so Leute, das war's von mir Ich verabschiede mich von euch Besucht mal das Tropical Island Und, ja, euer Player ist raus Ciao Ciao